Es kommt auch die Handposition zum Teil an. Wenn wir die Rücken geholt haben, die Hand, die drunter durchtaucht, zeige ich die offene Hand nach oben. Die andere kommt oben drüber und ich schließe hier in Schulterhöhe, schließe ich den Gable Grip. Von hier aus ziehe ich an und in der Rotationsbewegung nach unten bringe ich ihn zu Boden. Das heißt, wenn wir hier arbeiten, ich bin hier, hier geht es runter und ich drücke immer auf die Seite, wo der Arm oben auf der Schulter aufliegt und ich bringe ihn runter bis hierhin. Hier achte ich darauf, dass mein Arm, meine Ellbogenspitze auf ihm liegt, nicht vor ihm, weil er mich hier nach vorne drehen könnte. Ich bin tief auf meinen Knien, bis hierhin, die Position muss erstmal stehen. Wenn er mit dem Arm arbeiten sollte, stören will, versuche ich ihn irgendwo einzufangen, ich kann hier blockieren, da blockieren und gehe jetzt hier wieder ganz normal in der Figur vor. Ich greife ohne Daumen, eins, zwei, ziehe mich richtig rein und ich ziehe mich jetzt in den Boden runter. Nicht ihn hoch, sondern hier bleibe ich eng, ich ziehe mich in ihn rein. Da, ihr seht es an seinem Gesicht. Wenn ich jetzt wechseln will, weiterkommen will, muss ich gucken, dass ich den Arm hier um seinen Kopf rumkriege. Idealerweise rutsche ich so hoch, dass meine Körpermitte hier oben auf seiner T-Achse der Schulter liegt. Von hier aus ziehe ich den Arm raus, kann ruhig über den Genickhebel sein, nach vorne, drücke direkt die Ellbogenspitze nach unten und gebe hier Druck rein. Ich bin immer noch hier leicht aufrecht, bin hier am Arbeiten. Jetzt hier rein, eng gezogen, wandere ich rum. Das Bein geht leicht nach hinten, steht in seiner Schulter drin. Dieses Bein wandert über seinen Kopf nach unten. Ich ziehe hier an, könnte hier in den Kimura gehen, möchte ich aber gar nicht, sondern ich drücke hier direkt wieder runter. Hier, eng auf ihn drauf, drücke hier mit meiner Ellbogenspitze auf seine Wirbelsäule und ich ziehe weiter. Was ich jetzt hier habe, lass mal ein bisschen auf, dass ihr es besser sehen könnt. Druck hier auf der Wirbelsäule. Hier wäre ich ganz normal noch im Hebel drin. Kommt ihr? Er tabt. Was ich jetzt mache, ist, die Hand wechselt durch. Ich bin hier, schließe wieder, müsste ich, habe ich eben noch aufgemacht, greife hier oben in seine Kleidung. Von hier aus, Druck auf den Kopf und das Kind, so dass er nicht beißen kann. Jetzt habe ich ihn hier unter Kontrolle. Ich wandere nach hinten, eine Option ist, ich lege nicht lange drauf. Die andere ist, ich arbeite nur halb, hier. Und blockiere ihn für einen kurzen Moment. Noch einmal.